Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik. Und Gott, die Berührung zweier Männer, die sich gegenseitig ihre Flöten polieren, ist wundervolle, schwule Musik. Wenn du dies in dein Buch übernimmst, dann tue ich so, als gäbe es dich. Atheisten, die Antwort. Aber lass die Lesben raus. Die sind eklig.